Sie haben ein Teddybär gewonnen. Das ist kein Quatsch, Mann, das ist ein Überfall hier. Geld oder Leber? Geld oder Leber? Geld oder Leben? Sie haben aber ganz deutlich Leber gesagt. Geld oder Leber? Können Sie auch bald haben. Demnächst in diesem Theater. Geld oder Leber? Das Böse ist immer und überall.